Ich brauche mir 8 Stunden und 6 Stunden. Ich bin da auch eine Stunde länger schlafen. Das hätte ich auch, wenn das Scheißhandy nicht fehlt. Oh ja! Ah, du wirst ja so ein guter Schlafhandy. Ja, das kann zu pennen. Ich dachte, es kommt von oben. Ich dachte, das kann niemand an der Seite. Ich hatte ein Déjà-vu. Ja, das war schon mal. Ich weiß aber nicht. Oh, Hack-Handy. Ich hoffe, ihr hattet eine kuschelige Nacht. Bin mit der Person. Jetzt hat es sich aussehen.